So Leute, es ist soweit. Wir gehen natürlich wieder rein in Mario Kart. Ist inzwischen wirklich schon Tradition. Erst Mario Kart, zu spätere Stunde, eventuell irgendwas anderes. Derzeit halt eher, wenn überhaupt, Dying Light. Aber ich denke mal, heute bleiben wir erstmal nur bei Mario Kart. Wer Bock hat, gerne auf Twitch vorbeischauen. Kart 8.6. Ist aber bei YouTube auf jeden Fall in der Videobeschreibung mit drin. Ansonsten einfach, wie gesagt, bei Twitch suchen. Kart 8.6. Aber die meisten wissen eh Bescheid. Nur für die, die es wissen, ich lade das hier noch ein bisschen auf TikTok hoch. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir hoffentlich den einen oder anderen gleich schon im Stream. Und in dem Sinne, haut rein.